Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops 2. Zwei Zombie Mode! Jonas hat sich nicht an unser Abmachen gehalten mit Moritz und Jonas. Was für ne Abmachung? Ich rede den zweiten Teil. Ab zwei bin ich der Redner. Wir haben das eigentlich noch nicht gesagt, aber egal. Ist dann. Passt. Nein. Ich hab recht. Ich bin älter. Die paar Monate. Halbes Jahr. Wow. Wie ihr seht, habe ich heute mal hier gleich zu Anfang gute Feffs zahlen. Ja, dann kann ich ja bauen. Warte. Ich baue. Danach baust du. Wieso? Jeder abwechselnd. Du darfst bauen. Du hast doch aufgesammelt. Ich hab nicht aufgesammelt. Du hast diese Frau hier. Die hier immer fett rumsteht. Ja und ich will das Teil davon haben. Ich hab das noch nicht gesehen. Ich hoffe nur, ich mache das so richtig. Ich hoffe nur, ich mache das so richtig. Stell dir jetzt an der Hälfte. Los! So ne Art. Siehst du, jetzt hat jeder das, Jonas. Ich hab's auch. Was macht die denn? Ach, das zieht die an. Das zieht die an, oder? Wenn die nah genug da dran sind. Hä, die Tür. Stell mal hin, die Tür ist aufgegangen. Siehst du rein? Warte. Wie könntest du das setzen? Auf eins und dann. Guck hier, die ist aufgegangen. Da. Aber was ist hier? Hier kann man was nehmen. Man kann noch mehr bauen. Nimm auch irgendwas. Fett Jonas, das ist so ein Stromteil. bereits vorhanden. Fuck. Das nehmen wir mit, damit können wir die Türen öffnen. Fette Kacke. Ist hier noch irgendwo ein Teil, was man mit denen hat? Yo, Zuschauer, das ist gerade eine epische Folge. Wir haben entdeckt, wie man weiterkommt. Und wir mussten nicht mal ne Tür öffnen. Wir mussten kein Geld zahlen, Jonas. Was? So, ich würde. Oh. Okay. Ich mach kurz. Komm durch. Komm durch. Doppeldeckpunkte. Erstmal gehen jetzt. Aber was passiert, wenn man sich hier einsperrt? Du darfst mir beim Umgang mit dem Messer. Mach mal. Hau mal weg. Wir kommen ja wieder raus. Dann steh jetzt. Versuch mal, ob du hier irgendwo noch einen Gegenstand mitnehmen kannst. Tragbare Windsturbine, was? Hier glaube ich. Oder hast du schon was aufgenommen? Nö, ich kann hier nichts aufnehmen. Warte, wir müssen hier drin bleiben. Wir hier muss irgendwo noch zur letzten Zombie rumgammeln. Bleib du mal da in dem Raum. Ich gucke, ob er hier ist und dann darfst du ihn töten. Ne, ich. Ich hab weniger Geld. Wo ist er denn? Ah, hier. Ich zeige euch. Was geht mit dem? Hier ist jetzt ein Koffer. Okay. Was ist das hier, wenn ich rausgehe? Das war nicht der letzte? Der ist hier draußen. Komm her. Haha. Jetzt ist die Tür zu. Haha. Warte, ich hab's glaube ich nicht aufgesammelt. Doch hab ich. Also dann würde ich sagen, fahren wir erstmal zum Deiner. Zur nächsten. Und da können wir auch Türen aufmachen. Und auch was bauen. Hm, und jetzt können wir uns gleich zweimal die Truhe kaufen, jeder. Oder ich. Das ermöglicht uns ganz neue Wege. Du kommst die Truhe. Ah, die Tür. Kannst du dir trotzdem noch zweimal die Truhe kaufen. Warte mal. Wir müssen jetzt unbedingt den Bus verteidigen. Ja, ist kein Problem. Ich bin so eine Forze, oder? Ja. Hier hängt einer, Jonas. Ich schütze gerade hinten mit Granaten. Oha. Hm. Oho. Komm' mir hier rein. Ich mach's. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab die ganze Zeit keine Muni mehr. herein. Instant Kill? Hammerfett. wenn ich mein großer müffel der idiot beschützen würde gott schnell jonas ich bin schon raus du musst schnell die truhe kaufen die tür muss das gutes bekommen die weg direkt weil ich kann hier schon mal das teil im baum moritz mal falsches teil was ich habe nur affen bekommen jetzt schützt ich schütze doch die habe ich auch mach mal die eine tür auf ich habe die gail komme ich sehe was cooles kannst du hier teile aufnehmen konntest du hier ist eins leiter konnte ich ja okay dann ist hier nichts mehr nimm den teil wieder mit und setzt die leiter hin ich gehe hier vorne rein müssen sie mich beeilen ach scheiße hier muss man aufkaufen jonas ich habe nicht genug geld ich habe das zweite teil kommt das zweite halte ist teil was die leiter ich habe auch ein falsches du konntest bauen kannst du jetzt die dings dazu machen die leiter und das versuch mal ah der bus nein ich würde aber echt gerne auch hier bleiben weil wir haben es jetzt fast vor allem in der truhe woher wollen wollen wir nicht einfach hier bleiben ach so ich habe affen bekommen ach so moritz ich habe affen bekommen ja ich weiß alter alle fenster sind offen wir müssen ich würde sagen bleiben wir hier drauf gehen wir hier gar nicht erst rein aber wo können wir hier sonst lang laufen brauchst du unbedingt musik und eine jonas hälfte zerkratzen mein gesicht fuck ich bin hinter bus pass auf nicht dass sie dann auch zerkratzen du kannst kurz bevor die springen messer ja ich habe sie nicht mal gesehen ich habe das wie ich gerade gehört stelle ich da auch in die ecke weil die können hier drin auch spawnen glaube ich ich gehe schon mal wieder in den bus die teile wenn wir nötig hier vorne und das kannst du was rein machen an dem bus vorne verdammt ich habe die leiter vergessen fuck wie vergessen wo jones hinten alles voll ich komme jetzt von oben ich komme jetzt von oben und das kann man nicht zumachen toll jetzt die waffe weg doch nicht nimm granaten film ja genau da kommt man auf der farm kaufen oder ich habe es noch nie gesehen wir haben die tür gemacht nichts du standst da auf einmal mal gucken ob wir hier mit die tür aufmachen können was ich hier habe scheiß ich habe meine teile nicht mehr wo bist du denn ich bin unten beim strom teile benötigt scheiße kriegen wir die ganzen teile jetzt her muni danach schnell schnell ich komme hier nicht wieder raus kp das sollten wir anscheinend mal zuerst kommen gar nicht benötigen eine energiequelle naja mit unseren energiedingern wo bist du eigentlich wo bist du denn ich bin hier am eingang nein macht die tür doch auf sieh auf egal kommt keine zombies mehr töten das sind nur ganz wenige da vielleicht können wir ja mit dem teil hier irgendwo was reißen ja siehst du denn hier irgendwas an die wänden hier ist auch noch ein bauplan ich kann aber gern meinen teil wieder ich habe meins auch nicht mehr den strom das ist zu da liegt in seinem kill aber ich komme da nicht hin jonas egal das kommt der bus fährt gleich ich habe hier was hingebaut ich habe hier gerade was in den raum gefunden ich habe schon wieder was gefunden was dazu gehört aber komm fuck steig aus oder du hast du drin ich lauf gerade alles hinterher ich lauf nicht hinterher du verrext doch wegen den piechern oh gott das wird ja jetzt super Runde 7 da sind wir eben auch abgeschissen oh fuck oh oh da ist die truhe nein doch das ist geil dann würde ich sagen da bleiben wir da erstmal und ich rob dir hinterher fuck nicht verrecken komm bitte nö noch gehts das sieht hammermäßig fett aus oh oh ich bin stehen geblieben fuck wie weit seid ihr denn noch gefahren fuck alter